Musik Seit gestern haben wir auf unserer Peisnitz das Museum of the Moon eröffnet, eine Kooperation zwischen der Stadthalle, dem Stadtmarketing und dem Silbersalzfestival. Ein 7 Meter durchmessergroßer Mond erstrahlt über der Wiese mit der Möglichkeit in Liegestühlen bei einem Glas Wein den Mond auf sich wirken zu lassen. Wir haben den Kosmos auf die Peisnitz gebracht. Das Ganze wird es noch geben am Donnerstag, Freitag und am Sonntag. Also auch von uns vom Stadtmarketing die Einladung. Kommen Sie, schauen Sie sich dieses Spektakel an. Tolle Bilder, tolle Atmosphäre, ein tolles Thema für die Stadthalle. Gerade in Bezug auf unser Jubiläum 50 Jahre Mondlandung und auf das künftige Ereignis, nämlich in zwei Jahren eröffnen wir das Planetarium. Unser Schlesier wird also dann dementsprechend künftig auch ja vertreten sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020